Was ist das Coronavirus? Anfang Januar erkrankten die ersten Menschen in China an dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Seitdem steigt die Zahl der Fälle stetig. Obwohl die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, ist die Lage in Deutschland bisher noch überschaubar. Wie wird das Virus übertragen? Das Virus wird über Tröpfcheninfektion weitergegeben, also über Husten oder Niesen. Da die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann, können auch Infizierte, die bisher keine Symptome zeigen, das Virus übertragen. Welche Symptome entwickeln Infizierte? Das Coronavirus führt zu einer Infektion der Atemwege. Wie bei einer Grippe können die Beschwerden unterschiedlich stark sein, von Anzeichen einer harmlosen Erkältung mit Symptomen wie Husten, Fieber, Kopf- und Halsschmerzen bis hin zu Symptomen einer Lungenentzündung. Besondere Risikogruppe sind ältere Menschen, immunschwache und Vorerkrankte. Bisher gibt es kein Gegenmittel. An einem möglichen Impfstoff wird derzeit noch geforscht. Wie kann man sich schützen? Zum Schutz gegen das Virus empfehlen Experten ausreichende Hygiene und regelmäßiges Händewaschen. Auch sollten sie den Kontakt zu kranken Menschen möglichst vermeiden. Ein Mundschutz verringert zwar das Risiko, bietet gesunden Menschen jedoch keinen ausreichenden Schutz.